so jetzt war ich da mal hin wo ich letztes mal schon hin wollte dann hoffe ich mal dass ich jetzt da auch gut ankomme aber letztes mal da im camp meine maschine repariert und das war nicht gut weil die war ja kaputt gewesen und dann wollte ich mein frott nicht benutzen dann habe ich die halt auf die art zum camp geholt dann und halt reparieren lassen so und jetzt fahre ich Richtung copland ich habe ja auch letztes mal mit der anderen noch gefahren das weiß ich noch vorsicht ein roll könnte ja den wald kaputt machen also töten ich mache das nicht jetzt das war doch mal geil gelöst hier ich bin noch mal wieder hier nach langer zeit ich mache auf 98 von 100 ok 2 prozent abgezogen hast du was für mich ja ja dann ich habe einen job für dich ich höre suche nach net walker trägt einen roten schal er und seine leute standen neulich vor dem tor wir ließen sie nicht rein er tötete eine der wachen und verschwand hat ihn jemand verfolgt er verkriegt sich in einem plünderer camp nördlich vom o'leary mountain ich glaube du weißt wo das ist nein aber ich finde ihn schon schwer zu übersehen ok mr walker mein name ist sonny ich will nicht zu sehen also machen wir auf da wir brennen ja nicht den rücken so du 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 ich du du Oh, es hat lange nicht geregnet hier, Vorsicht, auf den Weg, mal hat es ein paar Mal geschneit oder so was und dann lange Zeit nicht geschneit und auch lange Zeit nicht geregnet oder so. Oh, jetzt höre ich zum ersten Mal wieder das Gewitter hier. Moment, ich kann auch hier runterfahren, ne? Oder so. Ähm, okay, ich bin etwas verkehrt. Äh, 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 auch mal, aua. Natürlich muss ich noch deinen Baum berühren. Äh, okay, ich bin erst mal weg. Moment. 89 haben sie getroffen. Ja. Ja, ja, ist ja gut. Oh. Oh, Mann, ey. Äh. 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 Ich komme da. Die tote wachen. Wer war das? ein Junge, alle nannten ihn Gopher keine Ahnung wie er wirklich hieß wie alt war er? oh Gott wie gesagt, ein Junge, 19, 20 keine Ahnung wie er es so lange geschafft hat er war ein guter Junge warum fragst du? also bleib mal länger im Camp lern die Leute kennen, dann hättest du auch ein Grund Korb Ende ok, da haben die Horde irgendeinen geholt das ist Nat Walker scheiß Kerl hallo Nat schön dich wiederzusehen nein, ist das gar nicht na schön, wie viele sind denn da jetzt ja, komm schon komm schon na komm, das packen wir freaks runter freaks oh mein Gott wie viel es erwischt hat war nichts schlimm äh stein aua kack kack hat kack hast du ich kack kack scheiße Geht dahin. Oder geht dahin. Ja, hier. Wie ist das, hä? Fettes Sau, du. Es regnet, es regnet, die Zombies werden nass. Und so weiter. Oh, kommst du denn her? Ja. Tja. Ja, lasst ihr doch. Dann müsst ihr halt nicht ballern, dann hören die euch auch nicht. Ja, der Wind pfeift eigentlich um die Ohren. Ähm. Da bist du ja. Mal gucken. Fällst du drauf rein? Nachladen. 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 Oh nein. Doch. So. 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 da unten sind die alle auch da ist ein Beachball Schläger wir müssen mal versuchen wie das ist wenn ich so ein Kanister habe und ich schmeiße voll in die Horde rein wenn die da am fressen sind so wie bei der Sägemüde zum Beispiel wie würdet ihr dann drauf gehen wenn ich den Kanister treffe naja gut wo komme ich jetzt hier wieder runter so hier was machen die denn da die kloppen dann Volt ok na dann äh ich würde den Kanister erstmal mitnehmen so ja da hätte ich eine Axt oh die haut gut rein die Feuerwehr Axt die hält zwar nicht lange mit durch aber naja ich weiß nicht mein Ding ist glaube ich besser so mal gucken was denn 26 ne das wusste ich jetzt nicht dass es so wenig ist so ok einmal fallen lassen so 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 und das war jetzt was das war jetzt ach wieder zurück hier Cocktail Eger genau soll ich das hier abgeben und hier oben ist er ist mein Bruder ja das muss ich mir als nächstes machen oder so es ist erledigt du wirst nie wieder was von der Borka hören hören ihr seid still und ich würde es selbst sehen und kommen ein Hürden jo ja natürlich wissen das ja 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 mitten im Wald durch den Wald und durch Flammen und überhaupt uah alles so nass hier oh Gott uah ei 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 weg da hoppala hoppala ja komm komm ja komm dann wird doch gleich abgeknallt ha 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 da hab ich doch gesagt du bist abgeknallt ah der wollte er nicht hören so bedeutet wieder ein Ohr für mich aber wir sind schon Ohren mach mal auf da du rasiert die Muschi mach das Tor auf dieser Drifter ja ich kenne ja ich kenne ja diesmal das ein Mann wenn ich zu sehen so sehr schön ich habe auf der Jagd nach ihm einige Männer verloren tja nächstes Mal kommen einfach direkt zu mir du als Freiwilliger dass ich das noch erlebe mein Bike geh zu Manny wenn du genug Kämpunkte hast mach das dir fertig und wieder eine Mission abgeschlossen schwer zu übersehen 4000 EP ok so vertrauen gab es 2350 so weiter so so und ich habe noch einen Fähigkeitspunkt kann ich nochmal eben angucken Fähigkeitspunkt 3 habe ich jetzt im Moment ok kann ich denn irgendetwas wieder verbessern Rache hochschalten Stiefelmesser kommt es richtig einen doppelten Schaden an naja die gehen auch jetzt schon richtig schnell drauf hier das ist ja schwerere Gegner durch den Treffer mit dem Stein zu betäuben mit einem Stein das ist so das ist so näh ähm hm 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 was haben wir denn hier ähm lustig denn jetzt ist so toll ist ein dein es frott bei motorrad reparaturen okay erweitert den eventarplatz für herstellungsmaterial faden und wurf objekte okay das ist gut oben ist auch gut schraubenschlüsse ich mache mal sehen so tragt den pack hier so jetzt kann ich dann wieder mehr mit rumtragen das ist toll dann nehmen wir gleich die noch mit hier verbesserte bike reparatur bei motorrad reparaturen verfügt jedes stück schrott über eine doppelt so effektive reparaturrate drücke roh oder kreis in der nähe deines beschädigten bike um es mit freud zu reparieren das ist toll was gibt es denn hier noch der alfimis verbessert die sofortige erholung und wirkungsdauer eines gesundheitscocktails erhöht die ausdauerregenerationsrate erheblich erheblich steh auf menschen erhalte ausdauer zurück wenn du schaden erleidest erhöht die ausdauerregenerationsrate das ist gut drücke zum laufen jaja erheblich weil die jetzt nicht erhöht okay nach drei gute sachen konnte ich machen so lehr so was mache ich denn jetzt warte mal ja ich soll das bike abholen für booser nur wenn ich das jetzt abholen dann die wollen ja zusammen nach richtung äh da komm ich jetzt nicht noch äh eine kontrollstation ne das ist ja naja mal warte mal öh kontrollstation muss ich mal sehen das mache ich erst mal so das muss erst mal weg weil ich von da erst mal hin ich weiß es gar nicht moment ich wenn ich schon mal hier werden kann ich das gleich hier reparieren ja gut ich kann ja gibt es bei dir irgendetwas neues hier auspuff 1 nicht bin ich schon bei zwei aufbewahrung rahmen 1 ist ein tick länger gut gut das ändert sich überhaupt nix nur dass es anders aussieht brauche ich nicht ok hm wenn ich ja naja ich kaufe mal neun feinwerfer so oi Trophäe erhalten Färbel original ok bei Rad 2 ok gute Wahl gute Wahl gute Wahl der Auspuff ändert sich auch nix schutzblech so habe ich keins und so habe ich dann eins genau b also nee ja 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 n ja ja n naja k er an meint das war die noch erst mal okay ok Lampe ist dran das Blech da ist dran vorne neue Reifen na dann so wo wollte ich jetzt hin da ist mal gucken oh Bagger so viele xxxx Alter was ist denn hier los Moment hier sind ja ganz schön viele äh ein Ohr warum sind denn hier so viele Schwärmer Ohr ja die sind vernichtet noch ein Schwärmer Ohr aber gut die bringen jetzt nicht so viel so ein ganzes Paket ja aber Wollte erstmal kurz woanders gucken mal sehen so Ohr eingesammelt ähm 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 was wollen die denn mh 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 das ist ja diese Station hier genau stimmt da ist ja noch ein Mediket ne 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 den Koffer hatte ich auch schon gut dann werde ich heute mal hier speichern äh mich bedanken und dann mache ich mir das mal weiter bis dahin machs gut und bye bye bei